Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drani und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play City Skylines. Ich darf üblich mal gehen, Moment. Ei, 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 das wird immer bleiben. So, jetzt räumen wir mal schnell hier auf. Wir wollen rausperren. So, ich weiß jetzt gar nicht was wir beim letzten Mal gemacht haben. Ich hab nur in Erinnerung, dass wir hier, wow, wo ist er mehr, dass wir hier hinten mal ein bisschen das Ganze belebt haben. Äh, ja, mehr weiß ich jetzt oder wirklich nicht. Gut, Begrünung hatte ich nicht gemacht. Ich bin im Moment etwas im Stress. Dass genau Begrünung hat, das hatte ich offscreen gemacht. Dann haben wir hier hinten das Ganze gebaut. Wir haben hier einen Stadtteil, ja, Stadtteile haben immer noch keinen Namen, ne? Also da liegt es an euch, Namen zu vergeben. Ähm, gut, hier kann ich nicht weiterbauen. Was fehlt uns? Uns fehlt nicht mehr viel. Ich bin am überlegen, mal überzusiedeln. Jetzt hab ich aber festgestellt, äh, wir haben keinen, keine Brücke, um auf die andere Seite zu kommen. Das ist natürlich nicht gut. Und ich glaube, das wird auch so ohne weiteres nicht machbar sein. Ja, ich vermute, das liegt aber auch schon an der Kaimauer vorne dran. Ich bin doch da, ehrlich gesagt, gar nicht so wirklich rüber. Aber hier kann ich auch nicht rüber. Hier habe ich den Weg gepflastert. Das Einzige, was machbar wäre, wäre hier rüber. Das würde dann heißen, das reiße ich ab. Oder aber man macht hier gar nichts. Man geht von der Seite irgendwie rüber. Kann ich rüber? Ja, grundsätzlich. So, jetzt hat man hier eine Brücke. Hier müssen wir noch rüber. Das sind jetzt einfache Brücken. Ja, nix besonderes. Weiß ich gar nicht, ob ich was besonderes machen könnte. Genau, das würde ich auch gern so lassen. Und dann würde ich... 1, 2, 3, dann würde ich hier rüber gehen. Das heißt, der Taxi-Stand wird abgerissen. Können wir hier raus? Ja, können wir. Ja, es ist da natürlich freie Fläche. Da kann ich aber dann noch... Das hier kann man dann bebauen. Ist jetzt nicht unbedingt so schön da, aber gut. Ich habe es so ausgesucht. Und hier müsste man eigentlich noch rüber. Ja, das machen wir auch noch. Ja, ich brauche... Ich brauche eh genug Brücken. Ich will keine Riesenbrücke bauen. Ja, da werden ja keine... Äh, wie heißt es? Keine... Na, Ampeln drangesetzt. Ja, ich überlege jetzt wirklich, ob ich irgendwo übersetze. Hier habe ich jetzt die zwei. Ich könnte jetzt hier übersetzen und da anfangen. Ich kann auch hier anfangen. Wir haben hier grundsätzlich die Autobahn. Dann kann ich aber doch schon mal ein bisschen vorbauen. Ah, dann können wir hier... Erstmal so was bauen. Dann kann man doch auch... Vielleicht so was bauen. Vorne dran machen wir mal eine große Straße. So was hier. Ah, so dann. Muss ich gerade mal räuspern. So. Schon wieder ein Frosch, der einfach am Hals steckt und nicht raus will. Jetzt kommen wir aber einfach mal so lang. Ich meine, hier kann eh keiner... Bringt eh nichts, wenn sie abfahren. Ich würde eigentlich auch gerne Schienen haben für... Ja, für den... Für den Personenverkehr. Hier drüben müsste eigentlich auch noch irgendwas hin. Weil ich will hier auch noch... Überlege auch noch Gewerbe hinzubasteln. Da kann ich aber doch schon mal... Brauchen wir da große? Aber wir nehmen die großen dafür. Na, geht das nicht? Warum geht das nicht? Okay, machen wir erstmal das hier weg. Das hier geht aber genau. Das geht nicht. Zu steil, ne? Ne, das ist zu hoch. Okay, so dann. Mach mal das jetzt. So. Ja, ich baue jetzt doch ein bisschen vor. Wollte ich so in der Art gar nicht. Aber dann machen wir es halt. Was soll's? Stirbt ja niemand von. Wollte zumindest. Dann gleich die Ampeln wegmachen. Die habe ich schon weg. Ja, ist jetzt gerade mehr ein bisschen Planung. Ne, da sind ja keine Ampeln. Noch nicht. So, jetzt haben wir aber da Ampeln. Und die kommen weg. Jetzt haben wir so eine Art Ringen schon gebaut. Will jetzt nicht unbedingt ans Wasser bauen. So direkt. Oh, hier kann man definitiv, Mann. Hier oben nicht. Das muss nicht sein. So. Die können wir miteinander verbinden. Erinnere mich aber doch noch. Große Spur. Können wir treiben, oder? Genau. Und dann. Ne, bitte so. Genau. So schön war es in die Mitte. Will ich da doch mal hier vielleicht einmal Straßen draus machen. Die können, die fahren ab. Oh, dann kann hier keiner lang. Ah, doch, die können rausfahren. Dann müssten wir hier einmal im Kreis fahren. Die können da lang. Aber mal schauen. Das kann ich ja immer noch ändern. Oh, oh, oh. Ganz viele Ampeln. Alle weg machen. Die weg. Da sind keine. Da geht's nicht. Gott, was Riesen. Teil hier. Ich habe noch gar kein Kreisel. Fällt mir so ein. Naja gut, was soll's. Jetzt ist wieder so ein bisschen unlogisch, dass das alles leuchtet, weil es Nacht ist. Die Leute schlafen eigentlich. Na, oh, gut. Hier ist dunkel, genau. Aber die haben, glaube ich, keine Beleuchtung, wenn ich mich nicht irre. Naja gut, was soll's. Übersiedeln. Wo siedeln wir über? Wir können natürlich auch hier Gewerbe bauen, weil ich eigentlich noch zuerst die Gleise machen möchte. Da bin ich jetzt auch gerade schwer am überlegen, wie ich die baue. Jetzt sehe ich natürlich fast nichts. Ihr seht übrigens nicht mehr als ich. Nein, bitte nur zur Hälfte. Und bitte beweglich. Ich lege jetzt die Strecke einfach mal hier direkt zu hinten lang. Oh, was ist hier? Da sehe ich natürlich nichts. Da ist die andere Eisenbahn. Ja. Da wollen wir natürlich drüber. Das geht so nicht. Warum geht denn das nicht so steil? Anbinden kannst du es aber, das will ich ja nicht. Ich will überhaupt irgendwie drüber. Das ist aber nicht eine Brücke. Nee, das ist keine Brücke. Hm. Kommst du denn da jetzt rüber? Sieht ihr komisch aus. Es wird so langsam am Tag. Na, endlich sieht man was. Kann man da nicht rüber? So niedrig? Ja, es war zu niedrig. Na komm, wird mal wieder heller. Ich sehe nichts. Da gehen wir jetzt auch hoch. Kann man da so drüber? Na, natürlich nicht. Also noch höher. Ja. So, klar. In die Richtung, bitte. Wird, achso. Ich sollte mal mehr Stoff geben, dann wird es auch schneller. Hell! Sind wir am Wasser? Nee. Oh, wo ist die Straße? Okay, das ist zu niedrig. Ich muss doch doppelte Höhe haben. Oh, da und da. Oh, da. Das ist natürlich das doof. Jetzt nervt das natürlich, wenn es hier so dunkel ist. Okay, da hinten ist der Mond. Ah, also. Nee, ein Stern. Quatsch. Mond. Ob so. Ob es auch so wie ein Mond. So, das haben wir dann jetzt. Hätte ich das hier gemacht, hier bin ich einfach hinten raus, ne? Genau. Es muss natürlich auch noch sowas geben. Sie fahren da so schön entlang. Geht es hier lang, dann können die wieder im Kreis fahren. Nee, das ist nicht gut. Okay, gut. Dann muss ich nochmal überlegen, ob wir vielleicht eine Parallelstrecke machen. Ich will ja... Rein, eine, raus. Nee. Das soll so nicht ablaufen. Dann mache ich das wirklich so. Ich mache eine Parallelstrecke. Ja, wir legen sie Parallel. Ich habe nämlich ehrlich gesagt, keine Lust, dass die... Oh, scheiße. Da kann ich nicht lang. Na, gerade hatte ich es doch. Dann machen wir mal ein Kreis, das wäre das, genau. Das Problem ist, wenn ich jetzt dies, wenn ich jetzt hier noch mehr miteinander verbinde, habe ich eventuell das Problem, dass mir vielleicht sinnloserweise... Was ist das Absicht hier so? Ja. Dass mir vielleicht sinnloserweise der Güterverkehr in die Quere kommt. Die Schiene hier ist nicht, aber hier miteinander verbunden. Mir fehlt dieses Quadrat hier drüben. Scheiße. Gut, okay. Wir setzen jetzt hier über. Das klingt so komisch. Jetzt weiß ich noch nicht genau, wie. So, das müssen ja keine festen Sachen sein. Ich mache jetzt einfach mal irgendwie. Jetzt wird es natürlich wieder dunkel. Schon sieht man nichts. So, was bauen wir denn drüben hin? Wohnungen? Wohnungen sind hier genug. Eigentlich müsste ja dann da Gewerbe hin, aber Gewerbe ist da. Ach, ich mache Gewerbe hier hinten hin. Das ist eigentlich Quark, was ich da hinten mache. Gut, jetzt sieht man natürlich nichts. Super. Äh, die hier. Aber das ist kein Güterbahnhof. Okay, da fehlen die Straße hinten dran. So, kann man hier gleich wieder wegmachen. Irgendwo hier kommt dann jetzt der Bahnhof hin. Ah, sehe ich schon, das war ein Fehler. So. Aber nehmen wir noch eine zweite. Wie sieht das jetzt aus? Ja, okay, der fährt unten. Ey, das sieht cool aus. Schön aus. Ja, ich weiß, dass du nichts hast. Hier hinten das lassen wir sogar grün. Oh, die Hauptstadt. Oh, schon ganz groß gebaut. Okay. Ja, gut, das nützen wir natürlich mit. Hauptstadt, dann können wir jetzt ein neues Quadrat kaufen. Äh, wupp. Das hier müsste ich eigentlich dann kaufen. Was kaufen wir auch? 15.000. Was kostet die Welt? Ja, genau. Dann fange ich aber trotzdem hier an. Was wollte ich hier hinbauen? Gewerbe. Ah, dazu müssen wir erstmal Wasser und Strom hinlegen. Wobei, wir machen hier eine eigene Stromversorgung. Baustrick dahin. So, und hier kommen dann jetzt erstmal die ersten Gewerbegebiete hin. Was bis dahin dann reicht. Ja, sollte dann eigentlich Wasser müssen wir noch rüberlegen. Nee, Wasser kann ich auch drüben machen. Was sind die Pumpen? Kann ich hier drüben eigene hinsetzen. Was sind denn die zwei? Da sind sie. Können wir gleich mal vorbauen, so ein bisschen. Können ja auch hier quer was durchlegen. Für den Fall der Fälle. Das können wir auch alles schön miteinander verbinden. Genau, jetzt hat das Wasser. Da werden die ersten Gebäude gebaut. Irgendwer nervt mich. Nö, keine Zeit, keine Lust. Ach, warum ist es schon wieder so langsam? So, ihr kriegt hier drüben dann auch mal wieder was hingebastelt. Ein Spiralpark. Der ist so schön. Reicht das schon? Nö, reicht noch nicht. Dreckspack. Können aber sowas bauen. Ich will das eigentlich da oben rein haben. Kann man das eigentlich drehen? Ich weiß es gar nicht. Dann wird das dahin gepflanzt. Können wir einen Taxenstand bauen. Können wir hier einen hinbauen? Nö, da nicht. Da wird er hinpassen. Dann kommt er dahin. Oh, ich kann hier vorne ja sogar doch bauen. Cool. Dann können wir hier vorne auch noch hinbauen. Dann können wir die Reihe Zugleister. Hier könnten wir sogar gleich einen Weg basteln. Wege waren hier. Wieder auch flexibel. Danke. Ich bin schon wieder so steil. Will ich eigentlich gar nicht. Die Hälfte bitte. So, ein Teil hier lang. Ein Teil hier lang. So, dann geht das hier lang. Das geht dann da hin. Dann geht da hin. So, genau. Dann kann da noch eine Kleinigkeit hin. Da können Büros hin. Da können auch Büros hin. Dann müssen wir mal auf die Büros hin. Da muss ja nicht direkt da dran sein. Oh ja. Es entwickelt sich schon mal ordentlich. Okay, die Brücke ist wahrscheinlich auf Dauer zu klein. Ja, die wird zu klein sein. Ich glaube, die überlegt, die echt aufzurüsten. Ja. Der Taxenstand weg. Das hat keinen Wert. Hier sind Ampeln. Weg. Hier auch. Na, weg. Ja. Das war definitiv die bessere Idee. Ach, hier hinten fahren die auch lang. Okay. Na gut, warum auch nicht. So, aber hier läuft schon mal gleich. Schön. Dann können wir weiter bauen. Mal das hier und das hier voll. Hier können wir dann schon mal bauen. 212. Ich habe doch gar keine Linie gemacht. Okay. Ach, das sind dann die von außerhalb. Stimmt. Touristen müssten das dann sein. Was ist denn die Übersicht? Hier war die Übersicht, gell? Bürger, Touristen. Ja. Oh, 500 Touristen. Oh. Das war das schon nie. In so einer Gleitstadt. Ich meine, wir haben jetzt gerade mal 37.000 Einwohner. Das ist jetzt nicht die Welt. Ich weiß gar nicht, ob das kompakt eigentlich ist, was ich hier gebaut habe. So, eigentlich nicht. Aber wen juckt's? Du, hier ist richtig was los. Gut, hier brauche ich auch keine extra Brücke für die Fußgänger zu bauen. Hier laufen ja alle schön drüber. Da können aber übrigens keine Schiffe durch. Sehe ich das eben. Gut, einen Hafen kann ich erst bei 44.000 oder so bauen. Wo war denn der Hafen? Hier. Ach, nee, kann ich ja jetzt. Einen Frachthafen. Einen Hafen. Okay, das muss ich dann ein anderer Mal machen. Das muss ich mir eh nochmal angucken, wie das funktioniert. Das weiß ich nämlich nichts. Das wird alles noch nicht genutzt. Gut, hier hinten wohnt auch niemand. Ich darf die andere Seite hier hinten raus Wohnungen machen. Kann ich hier raus? Das kann ich glaube ich nicht, gell? Was ist da da? Da läuft schon wieder jemand. Okay, das geht alles nicht. Da mache ich alles kaputt. Schade. Ah, nee, doch. Da kann ich lang. Ah! Sieh einer an. Schade, das geht nicht. Ist da oben lang? Hm. Bisschen komisch, aber... Ne? Yes! So gefällt mir das. Schön angeschlossen. Das heißt, die von... Da könnt ihr nämlich jetzt schön drum herum laufen. Gott, der will so werden denn hier rein. Warte, jetzt ist nix. Gott. Das ist schon... Reger Betrieb, an dem. Ja, hier könnt ihr eigentlich durchlaufen, aber ihr wollt ja nicht. Können wir noch mehr machen. Können wir das da noch anschließen. Können wir da lang. Kann ich da anknüpfen. Ne, geht nicht gut. Brauchen wir da noch, glaube ich. Nicht? Ne. Brauchen wir nicht. Ah, ich kann so schöne Wege bauen. Cool. Oh, das ist echt cool hier, ne? Die Lücken. Kann man schön hinten dran bauen. Cool. Na, hier brauche ich nicht, Baba. Ich kann doch auch einfach hier, Baba. Einfach hier, Baba, ist so viel einfacher. Ist das schön miteinander verbunden. Hier kommen wir das auch mal ran. Okay, gut, dann eben so rum. Cool. Heilige Mutter Maria Gottes, wo wollen die denn alle hin? Die wollen da rüber. Okay, dann müssen wir da definitiv... Heilige Scheiß, aber wie werden denn... 436... Boah, da geht's ja ab. Ähm, ja. Boah, jetzt haben wir die alle miteinander verbunden. Och, ey, was kommt denn hier? Ein Touristen auf einmal rein? 900, ich hab fast 1000 Touristen. Heilige Mutter. Oh, ho, 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 ho. Krass. Ja, die wollen alle rüber. Äh, kann ich einen Taxenstand nochmal bauen? Äh, ja, kann ich. Taxen... Hier. Hoffentlich hilft der. Oh, krass. Was da, was da los ist? Ich brauche hier definitiv eine Verbindung rüber. Ich hab nur so ein bisschen hier gebaut. Und wir brauchen definitiv mal Kohle. Krass. Äh... Busverbindungen, die führen wir einfach im Kreis. Äh, Busse waren hier. Das heißt... Warte mal, da kann ich hier... Okay, Busstation ist hier lang. Ja. Da müssen wir doch mehrere machen. Die eine wird nicht reichen. Müssen wir zwei bauen. Ist aber nicht schlimm. So, einmal im Kreis. Hier im Kreis. Ich will eine neue machen. Ich will eine neue machen. Hallo. Ah, jetzt. Nicht an den gleichen Stellen. Okay, dann müssen wir auf die andere Seite. Dahin, 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 dahin. Dahin, dahin, dahin. Gucken wir mal, wo ist denn die Brücke? Da ist die Brücke. Da lag. Das sollte dann ein bisschen Abhilfe schaffen. Wann wollte ich jetzt noch keine legen? Krass. Krass. Dann können wir hier schon mal weiterbauen. Das ist ja schon hart. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das so viel was ist. Also, pfff. Äh, da sind die Wege. Dann kann ich hier weiterbauen. Das ist ja echt hart. Nochmal angeschlossen. Ja, kommen wir mal drunter durch. Moment, wir können aber hier lang. Und hier lang. So, haben wir das auch verbunden. Wenn wir doch gerade schon dabei sind. Das ist schon hart. Äh. Geniothek. Was könnten wir hier hinten gleich gebrauchen? Ah, da freund sich aber mal richtig dolle. Müssen wir doch wieder zum, zum Garten greifen. Genau. Kommt da hin. Gibt es ja einen Weg raus. Ne, gibt es nicht. Das sieht wieder total beschissen aus. Ne, ne, weiß ich da ab. Aber mach hier noch die restlichen Gewerbe hin. So, dann kommt der. Fehlt es euch da. Dann kommt der hier irgendwo hin. Da an die Ecke. Oh Gott, das sieht schon wieder so komisch aus. Aber das ist mir jetzt gerade egal. Okay, der ist außerhalb. Doch. So rüber. Da noch lang. Und da runter. Was ist ein Betrieb. Eigentlich müsste man. Genau, auf und abfahrt haben die ja hier. Gucken, was wir hier hin machen. Aber so weit sind wir noch nicht. Okay, die Wege werden ordentlich genutzt. So gefällt mir das. Oh Gott, was ein Wirrwarr an Wegen. Das sieht ja auch scheiße aus. Mist. Ja, die können da nämlich jetzt nicht mehr hoch. Das heißt, wir müssen an der Seite runter. Äh, wo ist denn der jetzt? Da. So, jetzt haben sie nämlich drei Wege zum Gehen. Ja, ist schon besser. Schön. Ach ja. Dreh, da nimmt das Herz auf. Kann noch mehr Wege brauchen. Oder? Ja, kann mal. Mal da durch. Hier lang kommen wir. Immerhin. Wird auch seinen Zweck erfüllen. Boah, ey, was hier? Wie viele da stehen? Diese Busse habe ich gar nicht. Da steigt da jetzt irgendwie keiner ein oder aus. Da steigen irgendwie nur Leute aus. Warten wir auf die andere Linie? Woher täuscht das, dass da so viele stehen? Ne, da stehen viele. Puh. Wie viele Touristen haben wir denn jetzt? 1249. Was bringt das hier alles an? Ich habe da links gebastelt. Was ist denn für Leute aussteigen? Hart. Ich habe sowas ja noch nie gehabt. Eigentlich müssen wir ja wieder Genübungen um unsere Zwecks hinmachen. Aber, ja, das können wir auch machen. Lassen wir mal auf die andere Seite hier. Beziehungsweise. Ich habe mir das mal gedacht. Nicht schlecht erspricht. Ich habe doch das hier eingeschaut. Wieso ist das nicht schon wieder so? Oh, das reicht wieder nicht. Ich will es zu niedrig. Okay, gut. Klar, das ist auch zu niedrig. Das heißt, wir reißen es wieder ab. Bauen den Kampel wieder neu. Ich habe das auch mal angeschlossen. Das heißt, hier müssen wir aber die Ampeln wegmachen. Hier kann im Prinzip ja das nächste dann hin. Ja, das machen wir jetzt auch. Der nächste. Jedes Mal vergesse ich, wo das ist. Das heißt, das hier wird abgerissen. Ich will das dann erstmal einmal andocken. Da andocken. So, jetzt haben wir das auch erledigt. Hier gehen wir so lang. Da gehen wir mal ein bisschen zu rüber. Stromleitung fehlt dir. Naja gut, okay. Das ist jetzt nicht so schlimm. Äh, oh nee, halt. Achso, ich dachte, ich kann es einzeln stilllegen. Ähm, geht doch auch. Aus. Das ist ausgeschaltet. So weit sind wir nämlich noch nicht. Hart, was das Ding hier einfährt. Ich glaube jetzt, so Leute haben wir denn. Äh, wo war denn das? Ne, hier. 5%. Äh, wir können da wieder raus. Hier hinten sind ja keine Wohnungen. Ne, das soll eigentlich so bleiben, wie es ist. Das heißt, wir fangen hier an. Und gehen direkt da ran. Das heißt, wir können dann auch da wieder einschalten. Strom kriegt er ja dann. Dann brauchen wir eine neue Buslinie. Äh, hallo? Das stimmt aber jetzt was nicht. Ne, da stimmt was nicht. Ach, ich bin ja auch blöd. Das ist ja auch verkehrt. Buslinien sind ja auch hier. Ähm. Genau hier lang. Einmal im Kreis, bitte. Können wir die gleich schon mal vorbauen. So, auch hier kommt ein Taxenstand hin. Den hauen wir ein bisschen direkt nebendran. Hier, das machen wir. Äh. Können wir nebendran nicht? Weg bauen? Ja, können wir. Okay. Ach, der ist ja in der Haltestelle. Okay, gut. Das geht jetzt nicht, oder wat? Können wir eben was? Das ist aber zu steil, irgendwie. Schade, ich will hier raus. So, hochfahren. Wobei, ne, muss ich gar nicht. Ich kann doch... Eventuell... So, von dort an. Ja, wunderbar. So, dann geht's einmal da rüber. Hier geht's einmal runter. Und, äh... Ja, jetzt haben wir so dran. Das wollte sch... Und hier können wir einfach runtergehen. Irgendwie. Okay, das ist zu viel. Das kann... Äh, momentan, die Zone nehmen wir hier. Das will ich dann eigentlich so nicht bebauen. Aber hier können wir noch einen Weg rüber setzen. Wenigstens die Fußgänger nicht eine halbe Stunde mehr laufen müssen. Geht hier auch noch einer durch. Nee, da geht immer das Gebäude kaputt. Das muss auch nicht sein. Nee, so nicht. So. Ist auch miteinander verbunden. Ach, ja, auch hier können wir auch noch eine Verbindung machen, oder? Yes. Ah, geil. Ach, das macht richtig Spaß. Kann man auch noch eine Verbindung machen. Da müssen die nicht immer so weit laufen. Kann ich hier noch eine rüber machen? Nee, dann geht das kaputt, gell? Ja. So, hätten sie auch noch verbunden. Ey, was für Gebilde. Oh nein, das ist doch wieder lächerlich. Was gibt's da nicht? Warum sind die so dumm? Warum wird das so bescheuert? Ja, weiß ich nicht. Oh, Mann. Okay, ihr wollt wahrscheinlich irgendwas haben, dass ihr... ...dass das doll wird, ne? Ich könnte ja sowas hier bauen, ne? Boah, Dennis-Platz hin. Hilft das? Ja, das hilft. Nebendran kann man mal bauen, genau. Boah, was ist man nachts für ein Minus an Kohle haben? Wie sieht denn eigentlich die Statistik aus? Stadtkasse. G, Besteuerung. Hoch, unter, hoch, unter, hoch, unter. Touristen. Oh, hier wird da unter den radikalen Abfall auf. 112. Steuernahmen durch Touristen. Jetzt weiß ich nicht, was das sind. 800. 800 Geldeinheiten oder... 800.000 in Sicherheit nicht. Kann man das hier nicht irgendwo sehen? Ah, hier, Touristen. Ach, 500. Ja, okay, das ist nicht der Rede wert. Einnahmenbürger, 16.000. Tja, Minus, na, im Moment. Ich guck mal, vielleicht irgendwas zurücksetzen. Ich lasse es erst mal so. Okay, Wohnungen wollen sie jetzt. Soll ich hier weiter Wohnungen bauen? Hier vorne, das lasse ich erst mal. Weiß gar nicht. Sollen wir hier hinten Wohnungen bauen? Hatte ich nicht gesagt, ich wollte Wohnungen bauen? Ah, nee, für Knügel-Scramble wollte ich bauen. Nee, ich baue, glaub ich, hier hinten weiter. Ist das so gemacht? Oh, sowas komisches da. Geh mal hier raus. Hier rüber. Nee, noch ein Stückchen raus. So, genau. So. Einfach mal irgendwelche komischen Sachen gebaut. Könnte ich, wie gesagt, alles so geradlinig sein. Und da ist eine Verbindung. Einfach prinzipiell. Wenn was frei wird, kann ich hier immer noch was bauen. Okay, Wohnungen. Mal den inneren Ring mal voll. Hier können wir natürlich schon was bauen. Aber auch zuhauen. Rapsch. Da noch hin. Okay, das ist natürlich offensichtlich, dass man hier noch irgendwo bauen kann. Brauchen wir eigentlich nicht. Nee. So, was fehlt euch hier hinten? Fühlt ihr euch gut da hinten? Nö, natürlich. Obwohl dem dran versteht, aber... Pfff. Who cares? Was ist denn das eigentlich? Am Dennis-Club. Können wir ja mal da hinhauen. Freut's euch? Na ja, nicht ganz. Gibt es hier noch was? Was war das? Ein Schwimmbad? Track and Feel. Das reicht aber dann jetzt aus. Genau. So, dann können wir auch hier schnell das machen. Das an der Seite. Das war so komisch, das weiß ich auch nicht. Aber da können wir doch hier raus bauen. In die Mitte. Hier raus bauen. Da dran. Dann können wir da noch dahin. Und hier rein, oder? Nee, geht nicht. Gut, daneben nicht. Dann kann ich das aber auch gleich ganz anders machen. Das da dran. Fertig. Und hier dran. Ja. Also lassen. Dann kann ich aber hier auch noch Verbindung machen. So. Okay, da haben wir jetzt mal ein paar Wohnungen hingehauen. Fehlt euch da hinten eigentlich was? Okay. Die Schule ist direkt neben dran. Grundschule habt ihr auch. Also eigentlich reicht das. Jetzt spinnt man nicht rum hier. Ach so, die brauchen noch. Okay. Hier noch was. Hier noch was. Nee, das reicht. Genau. Muss ich weitermachen. Öfterne die ganze Zeit. Nee, gut. Ich besauf mich grad. Moment. Moment. So. Dann bin ich ja wieder. Oh, dieses Wetter ist unerträglich. 90 Nachrichten. Oh, hör mal schnell auf. Naja, okay. So viel sind's glaube ich gar nicht. Ah, es klebt so alles. Boah. Feuer. Feuer, oh. Haus, habt ihr da hinten keins? Gibt da eine Arztpraxis hin? Wo ist die nächste Feuerwehr? Die ist direkt um die Ecke Polizei, glaube ich auch. Genau. Bildung habt ihr ja alles. Okay, Buslinien fehlen hier hinten. Da haben wir keine. Gut, können wir ja bauen. Mal einfach mal so eine Rundtour, sag ich mal. Hm, mach ich jetzt nicht so groß, die gehe ich hier lang. Naja, das heißt nicht so groß. Die wird groß. Zwangsläufig. Ja, die wird zwangsläufig groß. Oh, ja. So. Reicht erst mal. Ah, da haben wir schon die ersten Häuschen. So, noch mehr Gewerbe. Können wir da haben. Hier vorne dran wollte ich eigentlich. Obwohl, da kann ich ja bauen. Da ist ja nicht, äh, ja. Aber nur... ...den Bereich hier. Und gleich da hinten. Können wir da auch wieder bauen. Ah, viel am bauen im Moment, ne? Bei mir. Ja, ist ja gut. Ich bin nicht rum. Das ist jetzt wenigstens ordentlich, ja, soweit. Die und die haben eine Verbindung, genau. Hier kann man nochmal rüber gehen. So, da geht man einfach so runter. Genau, da wird jetzt... Es werden jetzt zusätzlich noch welche abgeladen. Das ist echt hart hier. Mit denen. Kaum von denen, aber die anderen werden massenhaft transportiert. Äh, ja. Aber fast 500 über den Bus. Ist auch nicht gerade wenig. Da geht ja noch die Post ab. Die haben wir vergrößert. Bewusst. Komm. Da mache ich auch eine große draus. Das hat, glaube ich, sonst keinen Sinn. Weil ich gehe eh stark davon aus, dass das auf der Zeit lang mehr wird, beziehungsweise ich will mal auch ein folgendes. Äh. Beschleunigen das Ganze ein bisschen. Eine riesen Abfahrt. Ich jetzt hier eigentlich... Ja, weg damit. Okay, das sieht bescheuert aus. Wird gleich wieder abgerissen. Richtig gemacht. So. Viel schöner. Tuxenstand haben wir ja da. Was sag ich mit den Tuxen? 25 Bürger und 25 Touristen. Aber wir haben ja alle eigentlich von denen mehr. Oh, ey, was hier reinkommt. Gut, die fahren wir Bus weiter. Das ist nachvollziehbar. Das lassen wir mal frei. Daran muss natürlich das eine oder andere noch passieren. Bezüglich Straßen. Ja, das geht bis dato. Wieso kann ich da nicht... Okay, gut. Dann halt so. So, und da haben wir doch schon mal Ideales zum Anknüpfen. Genau, die können da hoch und da lang. Warum fährt da ein Bus rein? Ich hab da gar keine Haltestelle. Ach, der dann da? Ist... Na gut, okay. Muss ich nicht verstehen. Egal. Stirbt niemand von. Müssen wir aber hier noch lang. So, das kann man nämlich so nicht lassen. Das ist E. Toter Raum. Hinten dran. Das hier kann man belegen. Das und das auch. Ne, das belegen wir nicht. Das bleibt frei. Hier kann aber noch ein bisschen hin. Ne, das würde ich gern freilassen. Zu wenig Kunden, ne? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Was macht ihr denn hier hinten? Wie sieht's denn bei euch mit der Bildung aus? Gut, wir brauchen mehr. Äh... Was ist denn mit der? Da ist die voll. Öh. Ich muss doch keine neue bauen dafür. Das kann es übrigens auch gar nicht sein. Es ist doch alles da. Ihr könnt ja auch hinlaufen. So weit ist das nicht. Das täuscht. So, die sollten ja soweit zufrieden sein. Genau. Die da aber nicht. Und hinten dran die nicht. So, dann ist mir das jetzt egal. Ihr kriegt jetzt einen japanischen Garten hier hingeknallt. Äh... Scheiße. Das sieht ja dann alles so bescheuert aus. Okay, dann kommt er auf die Seite. Hier kommen wieder Gewerbe hin. Oh Mann, sieht das aus. Danke. Da aus... Da aus wird. Das sollte aber jetzt hier besser aussehen. Danke. Ja. Okay, hier hinten fehlt was. Das ist nachvollziehbar. Zu steil. Gut. Kommt er da hin. Hilft das? Ein bisschen. Ich kann aber doch kleine Kleinigkeiten reinwohnen. Nee, nicht die Dinger. Parkbench. Vereinzelt. Aber die hilft schon mal enorm. Ich lasse jetzt mal vereinzelt welche rein. Da zum Beispiel noch. Da kann eine hin. Krass, was das kleine Dinge ausmacht. Apropos. Das können wir doch wahrscheinlich nutzen. Ja, genau. Eigentlich auch bescheuert, aber... War eigentlich noch irgendwas in der Mitte? Oder waren das nur die da hinten? Nee, das waren schon mal wirklich nur die da hinten. Ja, dann sind die jetzt alle fertig. Es wird wieder dunkel. Krass, was hier abgeht. Was zu einem Touristen hergebracht wird, ist echt die Härte. Äh, genau. Zebrastreifen. Bitte da einen hin. Da einen hin. Da noch einen hin. Da einer hin. Da denke ich nie dran. Ich kann... Äh, hier. Da bitte einer hin. Da einer hin. Und da einer hin. Ja, auf den langen Straßen. Da denke ich nie so dran. Macht nämlich vieles leichter. Vor allem an so manchen Übergängen. Da hatte ich ja gemacht. Du Scheiße. Die Straße auch vergrößern. Geht, glaube ich, nicht wegen der Kai-Mauer. Da reisen wir die mal ab. Rüsten die Straße hier auf. Wahrscheinlich die beste Lösung. Ich muss nur gucken, was habe ich hier... Äh, Kai-Mauer. Kann ich eigentlich eine neue bauen? Wo waren die? Kai-Mauer. Ach, das war die Ganze, oder was? Nee. Was halten die jetzt? Ah, jetzt ist es zu dunkel, um das zu sehen. Ah, cool. So geht's auch. Ah. Kann ich da noch hinbauen? Geht nicht. Weg mit den Ampeln hier. Ah, und schon läuft der... Schön läuft der Verkehr, ne? Hier geht's wahrscheinlich nicht ab. Na, genau. Ja, das können nur große Brücken auf Dauer bewältigen. Und hier rüsten wir auch am besten gleich auf. Ah, hier. Das war eigentlich auch Blödsinn, was ich da gemacht hab. Das heißt... Ampeln weg. Hier haben wir jetzt auch Ampeln weg. Auch weg. Krass, was die da hier fahren. Hier hinten lang vor allem. Auch schon irgendwie schnuckelig. Warum steigt das nicht auf? Kein Platz? Das wäre natürlich blöd. Eben dran kann man da noch... Kannst du ein größeres Gebäude basteln? Da kann da noch eins hin. Noch immer was vergessen? Sieht nicht danach aus. Doch, das da. Da geht nix hin. Doch, da geht was hin. Da auch. Ich will was vergessen. Den haben wir vergessen. Da wird wahrscheinlich eh nix draus, aber... Ne, hier wird nix draus. Das hier bleibt frei. Das hier haben wir besetzt. Äh, bebaut. Wie lustig ist. Alles das gleiche. Oh, Mann. Mit der Abwechslung hinkriegen? Und wahrscheinlich. Dann müsste ich hier vorne das aufschütten. Hm. Äh, ich stelle das jetzt auf. Ah ja, so. Hilft das überhaupt was? Ah, falsche Richtung. Hehe. Sollen wir das hier vorne ein bisschen größer, weil das würde andere Gebäude hinkriegen? Ja, so sieht das schon ganz gut aus. Mal gucken, dass wir es nicht zu hoch machen. Will das ja nur ein bisschen weiter vorheben. Ah, und schon kriegen wir da ein paar neue hin. Geht ja darum, dass das ein bisschen Abwechslung ist. Das bringt uns nix. Falls da jetzt das eine oder andere an... ...mehr hinkern. Ist das jetzt ein richtiger Berg? Ja. Äh, da. Da können jetzt auch mehr hin. Ops, ah, halt! Ah, einfach drüber bauen. Geht ja nicht. Nein, das war falsch. Die so. Hier und hier. Das volle Paket, bitte. Oh, cool. War deutlich mehr. Jetzt wird es natürlich schön, wenn das wächst. Oh, ist mittendrin. Oh, hier ist richtig. Hier ist ja eine Ampel. Nein! Will doch keine Ampel dahin haben. Klatsch, weg. Bescheuert. Oh, guck mal. Oh, nein. Da sind die auch noch... Ach, scheiße. Die Ampeln muss ich ja auch noch alle wegmachen. Okay, dann machen wir die noch schnell weg. Ah, ärgerlich. Dann machen wir die Ampel noch weg und dann machen wir mal Schluss für heute. Ach, gar nicht dran gedacht. Aber, glaube ich, nur bei den ganz Großen hier da fallen. Mal gucken. Ne. Wo hatte ich denn? Ah, hier war das noch. Genau, ist nur bei der Großen Straße so. Ja. Gut, okay. Da machen wir Schluss für heute. Ich sage wie immer vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare, Twitter, Facebook, Tipps, Tricks, Mods, Add-ons, Gebäude, alles mögliche bin ich immer, heiße ich immer gerne willkommen, wenn ihr da schöne Tipps habt, irgendwelche Neuerungen her damit. Und wir sehen uns im nächsten Video. In diesem Sinne. Tschüss. 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 Vielen Dank.